Ich grüße Sie aus Berlin und würde mich freuen, wenn Sie mich hier im Reichstag auch mal besuchen würden. Wir können uns dann ansehen, wie das Parlament funktioniert, wie wir als Opposition arbeiten. Wir machen eine Stadtkundfahrt und schauen uns das historische Berlin an. Und natürlich hat Berlin auch kulinarisch einiges zu bieten. Ich freue mich.